Hallo, heute möchte ich euch meine Steinberger, genauer gesagt Bill Dellup in Amerika in Monterey vorstellen. Die Gitarre hat ein Steinberger System mit Stimmsystem hier. Das Top ist Birke, Edelholz, Griffbretter, dann haben wir hier Erleboden und Ahornhals. Eine kleine Klangprobe. Wir haben hier einen 750er Splittwaren-Pickup drin. Seh mal Danken. Gibt's nicht. Erhältlich im Handel ist eine Sonderanfertigung. Bis zum nächsten Mal.